ARD Text im Auftrag von Funk So. Doch, jetzt ohne Apfel. Seit Bürstern. Ja. Vielleicht. Oh, die Jägerin? Ja. Ah, wir trodden die Bondi. Vielleicht hilft uns das. Das Musik ist krass. Wie kannst du mir jetzt lauter vor bei mir? Ja. Ja auch. Ja? Das haben wir weiter gemacht. Oh nein, das ist so schlecht. Er stirbt. Er stirbt. Er stirbt. Das ist so lauter. Ja. Was machen wir da gegen das? Ne. Da gibt's keine Lösung. Leiser machen? Ne. Dann müssen wir. So, warte mal. Vielleicht kriegst du, vielleicht kriegst du hin. Ne, ist cool, ist cool. Lass mal. Oh, ich hab den Schwanz von meinem Hund in der Nasen. Ja, schnüffel, schnüffel. So, jetzt bei mir ist wieder ein bisschen leiser. Ja. Dann hab ich den Schneider machen. Ja, dann hab ich den Schneider machen. Die auch recht. Die Klacki. Die Klacki. Ah, was? Was ist da mir gekommen? Wie überragende Reflexion. Was ist da passiert? Sharpie. Ja. Ich glaub 25, die brauchen wir. Waaah. Waaah. Dann holst du ihn noch den Bogen. Dann hast du noch den Armbrust und den Bogen. Wow. Das ist wirklich schon fast gut gerade. Boah. Ja, nice. Ah. Was ist das denn? Ach so aktives Nachlemmen. Ah, das... Oh echt, das ist auch so bescheuert. Man hat so ein Endcamp mal wirklich andere Sachen zu tun, auf den Balken zu achten, bis man da entsprechend ein bisschen schneller nachladen kann. Das ist richtig. Wo sich ein paar Raketenwerfen und so schüttet. Die auch noch der Schlange nach Ladezeit haben. Eww. 3 Stunden, 4 Stunden, 4 Stunden. Es geht darum dreimal! Nee, K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Ob das eigentlich Unsinn ist, ne? Ja, aber ich hab das Gefühl, da schießt man präziser. Warum rumhauen wir? Ja. Oh, er ist bereit. Ja. Oh ja! Die dickste von den dicksten. Ja, ja, ja. Wir können noch eine in meinem Shop kaufen. Eine Schlüsselliegel angewendet. Eine Schlüsselliegel schlussliegel. Okay. Ja, okay. Das war... Ja, kommt noch auf. Achso, du hast das denn da abgeholt? Ja, nein, die hinter ist leer. True that. Oh, Uzi. Bozzly Bozzly. Okay. Ja, das ist bossige, ne? Ja. So, dann nehm ich mal Mr. Ag... Naja, ein englisches Wort Junior. Agnes. Nicht Agnes. Ah! Nicht sterben. Nein. Nicht sterben. Nicht sterben. Ach. Ach. Ah. 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 I croat. Oh, oh, oh! Ah. Do not 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 like the end of the face. Das ist schlecht. Voll so schlecht. Voll das schlecht dick. Das Niveau ist... Oh, so leicht. Oh, eingeknickt. Wer ist eingeknickt? Oh, ich dachte schon. Alter, ist das so nett. Ich dachte schon was ernst. Ist mir gestorben. Hey. Hey. Uua. Hahaha. Wir haben noch gar nicht die Gemma-Fronten-Hüse. Uh. 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 Ich bin schon schnabbelig. Ist das denn dein? Ich glaube ja, ne? Ja. Also, yes. Ich kann das nicht essen. Oh! No! Weil Elder Blank gut ist. Elder Blank? Hm. Ist doch der Blank, der sich irgendwie aufgebt. Ja. So, also, einen Trügel können wir hier auch machen. Und... Genau. Das soll einfach nicht sein. Sobald ich den einsam los und direkt... Oh, wunderbar. Ja. Das ist ja auch noch gebufft, ne? Das kann man in den... In den Priestern... Oh, fuck! In den Priestern, ich sagen, genau. Ja, die sind so meine Achilles-Werse. Ja. Die sind auch echt unangenehm. Bei den großen Räumen gehen die halt, aber da die Projektile ja auch nochmal abprallen. Ja. Und zurückkommen. Ja. Sie fallen mir nicht unbedingt ab, sondern... Oh, Mist. Den zu quälen soll. Ja. 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 Ja, ist ok. Ja. Ja. Hm. Mal durch aus. Wah! Ich bin jetzt auch völlig unglücklich getroffen. No. Ist das gut? Schönen ralaxe Dings kommt dann auch. Ja, ich gut. Das ist meine, ne? Ne? Hast du nicht irgendwie verneben kann, oder? Hast du zuhören durch mich oder was anderes? Ne. Ne, dann ist sie nicht. Dann ist es dein, so. Oh ja. Ja genau, bei der da oben hat man gesagt, das wäre meine. Und jetzt haben wir die genug. Ich glaube, haben wir schon gekauft die Schüsse, ne? Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Oder muss ich noch das halbe Herz hin. Oder war ein halber Herz. Oh, nein. Du bist so. Du bist so. Ich bin... Du bist so. Du bist so. Du bist so. Ja. Ich bin. Scheinlich wirst du... Ah! Diese Dinger finde ich fast schlimmer als... ...das ist normal... Also wenn da nochmal ein Elternteil sagt... ...bei sowas lernt man nicht voll zu trotz zu... Ja, also... ...absolute Du... Wuh! Ja, schade... Was ist das? Ja, aber wir haben beide... ...mehr verschaden bekommen... Was ist das? Oder die... Was ist das? Ist das nicht die Papierfliegerkanone? Ne, die war glaube ich ganz weiß... ...die Ora... ...Origami... ...Origami-Persona... ...Orale-Kanone... Du sammle einen! Ich hab das! Eigan... Ah, also... Oh, shit... Kann aber in den Ei raus... Hey, Papa-Guy... ...Orrr... 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 Ich hab noch einen Blanky-Wing! Ja... Let's... ...try it! Nee... Also noch zwei Kisten... ...wofür wir leider keine Schlüssel haben... ...Orrr... ...Orrr... Kann auch sein... Kann sein... Ja... War auch schon... Kann sein... Ja... Ja...